Wir fahren hier jetzt mit dem UNIQUE EGO. Das ist ein Skateboard mit Elektromotor. Ihr seht ganz oben meine kmh-Anzeige. Ich fahre gerade mit 17 kmh hier. Gehe gleich leichten Berg runter, dann wird es vielleicht ein bisschen schneller. In der Mitte kann ich beschleunigen, kann aber auch Geschwindigkeit wegnehmen und ich kann, wenn ich den weiter runter ziehe, auch bremsen. Dann bremst der Motor hier ein bisschen mit. Im besten Fall lädt er da sogar noch den Akku laut Hersteller. Oben links habt ihr die Akku-Anzeige vom Board selbst. Der ist fast voll. Oben rechts der iPhone-Akku, der auch noch relativ gut bestückt ist. Und dann ganz unten habe ich noch so einen Trip-Kilometerzähler. Da könnt ihr sehen, wie viele Kilometer ihr bereits gefahren seid oder jetzt aktuell. Ihr könnt da unten auch umschalten und einen Gesamtkilometerzähler zuschalten oder einsehen. Jetzt muss ich ein bisschen bremsen. Jetzt geht es hier bergrunter. Das macht den Motor ganz gut. Es ist sehr cool. Ansonsten fährt das Longboard super. Also fährt sich echt schön bequem. Man kann auch ein bisschen kurven. Und es macht ziemlich Laune mit dem Ding.